Ja, liebe Frau Tetzlaff, ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Zum wiederholten Mal. Es ist tatsächlich immer eine schöne Location, dass wir hier sein dürfen. Eben auch bei jemandem, der sich um die Vorsorge wirklich bemüht und kümmert. Und das ist die AOK. Und deswegen greifen wir das auch immer gerne auf und freuen uns hier zu sein. So, nun, mein Thema heute als Leiter des Darmzentrums ist die Darmgesundheit. Darmgesundheit, finde ich eigentlich einen ganz schönen Begriff, weil wir fühlen uns eigentlich gesund und wohl, wenn es mit unserem Darm auch okay ist. Also wenn wir ein Grummel im Bauch haben, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann merkt das auch unser Körper. Und dann fühlen wir uns irgendwie nicht wohl. Und wenn wir nicht auf Toilette gehen können, fühlen wir uns nicht wohl. Und wenn irgendwas mit dem Darm nicht stimmt, dann passt da irgendwas nicht. Und Darmgesundheit hat tatsächlich ganz, ganz viel mit dem Mikrobiom zu tun. Und tatsächlich hat auch sehr wahrscheinlich die Entwicklung des Darmkrebses oder von Darmkrebs. Und immerhin 70.000, ungefähr 60.000 bis 70.000 Erkrankten daran, jedes Jahr immer noch in der Bundesrepublik, können davon profitieren, dass sie was vielleicht tun für ihr Mikrobiom. Mikrobiom, was ist das? Das ist die Summe aller Bakterien und insbesondere der Gene dieser Bakterien oder anderen Mikroorganismen, die wir im Darm tragen. Wir Menschen haben so ungefähr 23.000 Gene. Das ist die Erbinformation, die wir von unseren Eltern bekommen, von Mama und Papa. Aber Sie sehen schon, das ist verschwindend gering gegenüber der Erbinformation, die unsere Bakterien in uns tragen oder die Bakterien, die wir in uns tragen, was die an genetischem Material haben. Also ein Vielfaches. Und wenn Sie das schauen, wir haben ungefähr 100 Billionen Bakterien, 199 Prozent davon sind im Darm. Also jetzt nicht, es gibt ja ein Mikrobiom des Ohres, es gibt ein Mikrobiom der Achselhöhle, es gibt ein Mikrobiom der Vagina. Aber wir haben die meisten tatsächlich im Darm. Und ich hatte es Ihnen gerade gesagt, ganz, ganz viele bakterielle Gene entspringen. Und diese Erbinformation koordiniert oder kontrolliert dann letztlich Metabolite. Metabolite sind bestimmte Stoffe, die wir im Körper brauchen. Das können Eiweiße sein, das können Botenstoffe sein, bestimmte Proteine, bestimmte Fette. Alles Dinge, die wir brauchen, um gut zu überlegen. Und Sie sehen hier, 50 Prozent der Metabolite im Blut stammen von den Bakterien ab. Die stammen gar nicht aus unseren Zellen, die kommen gar nicht aus unserer Leber, sondern die kommen von den Bakterien aus dem Darm. Über die Darmschranke und 10 bis 20 Prozent der Kalorien kommen von den Bakterien. Das erklärt uns, warum der eine oder andere dick ist. Der kann gar nichts dafür, das sind seine Bakterien. Ja, also es ist ein bisschen salopp gesprochen, aber hat was damit zu tun. Das ist der Bildungsort von 20 Hormonen. Die Serotonin-Synthese findet da statt. Auch 80 Prozent der aktiven Immunzellen finden sich im Darm. Das ist gar nicht so wenig. Und 500 Millionen Nerven sind. Also wir haben ein enterisches Nervensystem. Nicht nur da oben gibt es Nerven, sondern auch da unten. Und manchmal sagt man ja, mein Bauchgefühl sagt mir. Also wir fühlen auch mit dem Bauch, da ist tatsächlich was dran an diesem Bauchgefühl. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann spielt das vielleicht eine Rolle. Ob wir depressiv sind, hat vielleicht was damit zu tun, wie unsere Darmflora aussieht, unsere Darmbakterien. Also Darmgesundheit, das ist schon ein Thema. So, und wenn wir uns mal ein bisschen anschauen, was passiert denn so über die Evolution mit unserem Darm und unserem Mikrobiom? Ja, dann gucken wir mal, was passierte denn, als wir noch im Dschungel und in der Savanne leben. Da waren wir sehr wahrscheinlich ganz anders gegessen, als wir es heute tun. Wir haben sehr wahrscheinlich faserreicher gegessen, nämlich 100 bis 150 Gramm Fasern. Wir hatten eher ein paar wenig Früchte. Wir waren definitiv vegetarisch. Das änderte sich dann, als wir Tierhaltung hatten, als wir niedersässig wurden, dann fiel der Fasergehalt runter. Wir waren immer noch hauptsächlich vegan und heute in der urbanen Gesellschaft sind wir eigentlich ganz faserarm in der Ernährung. Wir essen eher süße Früchte und wir essen natürlich auch relativ viel Fleisch. Und wenn Sie sich das anschauen, das ist eigentlich der Parameter, um den es geht, die Diversität des Mikrobioms. Also wie vielfältig, wie reich an verschiedenen Spezies ist unsere Darmpopulation, unsere Darmflora, unsere Darmbakterienzusammensetzung? Ich spreche immer von Bakterien, es sind natürlich auch ein paar Pilze dabei und es sind auch ein paar Parasiten dabei, aber wir sprechen hauptsächlich von Bakterien. Und dann geht diese Diversität, die ein Ausdruck oder ein Surrogatmarker ist für Wohlbefinden, für Gesundheit, für Darmgesundheit. Darmgesundheit, Darmgesundheit ist gleich Diversität. Dann gehen die sukzessive runter und im Gegenzug sehen wir, kommen diese modernen Krankheiten hoch. Also moderne Krankheiten sind diese Krankheiten der westlichen Welt, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Eosinophile, Oesophagitis, aber sehr wahrscheinlich auch Darmkrebs. Und solche Dinge, die wir natürlich auch mit dem Alter bekommen, aber die auch ganz viel mit der Ernährung zu tun haben. Und wenn wir Ernährung besprechen, dann müssen wir auch besprechen, ja, zum Beispiel, dass unser Wasser gar nicht mehr reines Wasser ist, das ist chloriert. In dem Wasser finden sich Antibiotika, sie finden in dem Wasser alle Medikamente, die wir ausscheiden, die finden sie auch im Wasser wieder. Also ich wohne in Düsseldorf, das ist rein Uferfiltrat, alles was im Reinen ist, die Antibabypille, der ACE-Hämmer, der Beta-Blocker, den finden wir auch da drin. Ja, Antiseptika in Corona-Zeiten und, 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 Emulgatoren, da komme ich gleich drauf. So, wenn wir von Ernährung sprechen, dann hat das auch ganz viel damit zu tun, dass wir eine Schleimschicht haben. Das ist unsere Darm-Schleimhaut, die heißt Schleimhaut, weil auf diesem Darm Schleim drauf ist. Und wenn wir nur wenige Tage uns Faser-Armer nähern, Fiber-Free-Diet, dann verschwindet diese Schleimschicht. Die sehen Sie hier. Was kann dann passieren? Dann können diese Bakterien, die hier vorne weggehalten wird, die innerste Schicht unseres Dickdarmes, obwohl wir, ja, 100 Billionen Bakterien haben, ist die innerste Schicht steril. Da ist eigentlich nichts. Ja, da wo unsere Zellen anfangen, da ist es steril. Aber wenn wir uns Faser-Arm ernähren, wie wir es jetzt ja tun, wir essen zu Faser-Arm, dann leidet diese Schleimschicht. Und dann können die Bakterien transluzieren und dann machen die Entzündung. Und diese chronische Entzündung, das hat schon Sauerbruch gesagt, die chronische Entzündung ist immer der Trigger für Krankheit. Immer der Trigger für auch Tumorentstehung. Tumoren entstehen ganz häufig da, wo wir chronische Entzündungen haben. So, und dann sehen Sie noch mal zwei, drei andere Dinge. Vielleicht spricht Herr Armer auch noch gleich mal drüber. Aber wir tendieren ja dazu heute, um eben nicht zu dick zu werden, künstliche Austauschstoffe zu nehmen oder Süßstoffe. Sie sehen, das hat auf den Glucosespiegel ganz verheerende Wirkung. Das ist verheerende Wirkung. Die Glutglucosespiegel steigen stärker unter diesen Süßstoffen als unter normalem Zucker. Und zum Beispiel ein schützendes Bakterium, diese Akkermansien, das sind vor Diabetes schützende Bakterien, die gehen in die Knie, wenn sie viel Süßstoffe essen. Also, Süßstoffe sind überhaupt nicht gut. Zum Beispiel sind auch nicht gut für unseren Darm. Ja, Emulgatoren, ja, Sie essen ein Toastbrot, damit dieses Brot noch nach fünf Tagen immer noch weich ist, ist da ein Emulgator drin. Gehen Sie mal zum Bäcker und fragen Sie, wie viele Ihrer Brote sind wirklich noch Sauerteigbrote? Dann sagt er drei Stück, die anderen haben alle gekauften Teig und da sind Emulgatoren drin, Hydroxymethylzellulose. Nehmen Sie das, dann kommen wir wieder zur Diversität, da ist der Emulgator drin, da geht die Diversität direkt in die Knie. Also, Ihre Bakterien leiden unter einer Ernährung, die nicht gut ist. Und das sind neue Daten. Was gut ist, sind tatsächlich fermentierte Lebensmittel. Was sind denn fermentierte Lebensmittel? Da stehen sie. Unser gutes, deutsches, altes Sauerkraut. Das ist gut. Mein Vater, der musste sich im Krieg wochenlang von Sauerkraut und Kartoffeln ernähren. Das hat ihm nicht geschadet, würde ich sagen. Joghurt ist gut, Kimchi ist gut, Käfig ist gut, Essig ist gut und das berühmte Sauerteigbrot. Das erhöht laut dieser Studie, die relativ frisch ist, die Diversität des Mikrobioms. Also, faserreich ist gut, fermentiert ist noch besser. Das wäre die Botschaft daraus. So, und dann sind wir natürlich alle zu dick. Und dieses Dicksein führt dazu, dass wir in bestimmten Bakterienstämmen ein Missverhältnis haben. Also, wir sprechen schon von einem Firmicutes-Bacteroidetes-Ratio. Sie sehen, die Dicken, die haben zu viel Firmicutes und zu wenig Bakteroidetes. Und jetzt sagt man, naja, okay, jetzt machen wir es mal andersrum. Wenn wir jetzt so von dicken auf dünne Tiere, also von dicken Tieren auf dünne Tiere, ja, das Mikrobiom transferieren, also einen Transfer machen, den Stuhl übertragen, dann werden die Dünnen plötzlich auch dick. Also, dick sein hat tatsächlich etwas mit den Bakterien zu tun, die wir in uns tragen. Und diese Bakterien können wir befüttern. Ja, entweder essen wir gesund oder wir essen nicht gesund. Ja, und auch noch eine ganz spannende Studie, die habe ich mal mitgebracht, weil sie ganz frisch ist. Wir denken ja immer, so Fettleber und das kommt ja auch aus dem Darm, tut es tatsächlich. Ja, endogener Alkohol, auch der wird von den Bakterien produziert und zwar in nicht zu niedrigen Mengen. Also, Sie können durchaus Alkoholspiegel haben bei Patienten, wenn Sie ein falsches Mikrobiom haben, die relativ relevant sind. Und auch dieser chronische Alkoholspiegel, ja, der kann schädigen. Und dann noch was ganz Spannendes, wir sagen ja immer unseren Patienten, die zu dick sind, ach Kind, jetzt müssen Sie mal Gewicht abnehmen, was machen Sie am besten, rennen Sie mal eine Runde. Dann sagt Ihnen der Patient, ja, wissen Sie, Rennen ist schwer, kriege ich irgendwie nicht hin, bewegen Sie sich doch mal, abnehmen wäre gut für Sie und so weiter. Und auch das ist mikrobiomabhängig. Also, Sie können einen Dicken gar nicht so einfach dazu motivieren, ja, abzunehmen, weil das Mikrobiom die Produktion von Endokannabinoiden steuert. Ja, und die steuern wieder über irgendwas anderes das Glückshormon Dopamin. Und wenn das nicht funktioniert, dann machen Sie eben keine Glückshormone und dann bewegen Sie sich eben auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen simplifiziert. So ganz so, ja, das Opfer unseres Darms sind wir nicht, aber wir können unseren Darm steuern. Und wenn es dann mal aber in die falsche Richtung geht, dann kann es eben Probleme geben. Und dass die Darmbakterien tatsächlich auch was mit Carcinogenese zu tun haben. Hier sehen Sie so eine Entwicklung von einem Adenom, von Polypen zum richtigen Krebs. Da sehen Sie, es gibt bestimmte Bakterien, die machen bestimmte Substanzen, zum Beispiel das Cholibaktin. Und das Cholibaktin ist ein DNA, also die Erbsubstanz schädigendes Protein. Das kommt aus den Bakterien. Und die sitzen dann auch tatsächlich im Tumor. Und wenn wir durch eine falsche Ernährung oder hier Enterotoxin bildende Bakterien Frage lese, auch die machen etwas, ja, ohne ins Detail einzugehen. Auch Fusobakterien. Und wir dachten immer, Bakteroidetes, die sind eigentlich gut, das ist alles prima, ist es nicht. Immer diese Bakterien, wenn wir uns nicht adäquat ernähren, wenn wir bestimmte Voraussetzungen haben, vielleicht auch genetische Voraussetzungen, können sich tatsächlich im Darm festsetzen und dann zur Carcinogenese, zur Entstehung von Darmkrebs beisteuern. So, ich glaube, viel mehr wollte ich gar nicht dazu sagen, bin schon am Ende. Jetzt kommt es ein bisschen auf Englisch, aber ich übersetze es, weil es eigentlich eine schöne Zusammenfassung ist. Ich lese es mal auf Englisch vor. Also, der Hauptschlüssel, der große Schlüssel für chronische Erkrankungen, für unsere Gesundheit, könnte darin liegen oder kann in der Zusammensetzung unseres Mikrobioms liegen. Ich glaube, da ist ein bisschen was Wahres dran. Das ist nicht der Weisheit, letzter Schluss. Und dass wir unser Mikrobiom beeinflussen können, dafür ist, glaube ich, Ernährung, weil wir sie täglich mehrfach haben, einer der wesentlichen Schlüssel. Das sind dafür die Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen? Haben Sie keine Fragen? Dann geht es direkt weiter. Und dann darf ich überleiten an meinen Co-Leiter des Darmzentrums, an... Und man hat in Höhen ein Alkoholspiel gesagt, dass ich... Ja, ja. Also ich habe tatsächlich... Das gibt ein Syndrom, das nennt sich Eigenbrauer-Syndrom. Also es gibt Menschen, die brauen ihren eigenen Alkohol im Darm. Ich hatte zwei davon, die haben allein durch die Gabe von 100 Gramm Zucker eine Promille von 0,5 erreicht. Also es gibt es. Wahnsinn. Wahnsinn. So, das nächste Thema geht Richtung den operativen Bereich und es geht letzten Endes um die Lebensqualität. Und darum geht es ja letzten Endes auch. Nicht nur, dass wir oder der Mensch versucht natürlich länger zu leben oder möglichst lange zu leben. Unser Leben ist leider für alle endlich. Geht es natürlich vor allen Dingen, was habe ich denn überhaupt für eine Lebensqualität? Und ich kann alles machen heutzutage oder viel machen in der westlichen Medizin. Aber die Frage ist, bleibt die Lebensqualität dabei auf der Strecke? Oder habe ich auch nach immer größeren Möglichkeiten, größere Operationen, auch um immer fortgeschrittene Tumor-Situationen zu operieren? Nicht nur, dass man eine Heilung hat, sondern dass ich auch eine Lebensqualität habe. Und darum geht es jetzt hier in meinem Vortrag. Und um nur kurz einmal nochmal die Anatomie hier darzulegen. Der Dickdarm, der aus 80 bis 2 Meter Dickdarm ungefähr betrifft. Und wenn wir von Dickdarmkrebs sprechen, dann geht es eigentlich immer, oder von Darmkrebs geht es immer um Dickdarmkrebs. Und der kann hier überall in dem Dickdarmrahmen auftreten. Und hier unten ist dann der Enddarm, da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Ziel einer operativen Behandlung, oder generell einer Behandlung, muss ja nicht immer operativ sein, wobei beim Darmkrebs ist es meistens operativ, ist es im Endeffekt von Heilung zu erreichen. Mit einer entsprechenden Lebensqualität natürlich. Die vollständige Entfernung des Tumors ist ein Teil. Und dabei gehört auch die Entfernung der Lymphknoten mit, weil davon hängt dann das Stadium des Tumors ab. Und damit auch das Risiko, wie kann er wiederkommen, mit eventuell anschließender Behandlung durch den Onkologen. Aber wenn er von Heilung spricht, dann sprechen wir eigentlich in der westlichen Medizin erst, wenn in fünf Jahren immer noch kein Tumor weiter vorhanden ist. Also, dass er auch weg bleibt. Und das ist im Endeffekt, was wir natürlich im Endeffekt erzielen wollen. Wenn keine Heilung mal möglich ist, kann eine Operation auch mal sinnvoll sein, aufgrund Verhinderung von Komplikationen. Das Ziel ist, wie gesagt, den Tumor zu entfernen mit den Lymphknoten und eine neue Darmverbindung zu machen. Wenn man hier zum Beispiel in dem Fall jetzt hier die rechte Dickdarmhälfte entfernt oder auf der Seite, wenn ein Tumor hier in diesem sogenannten S-Darm vorliegt, in dem Sigma, dann würde man mit den Lymphknoten, die entlang der Gefäße liegen, würde man die Gefäße mit den Lymphknoten entfernen. Und deswegen ist das alles von der Durchblutung, was an diesem Gefäß hängt, muss man letzten Endes aus onkologischem Grund entfernen. Und dadurch ist es nicht nur der kleine Tumor, sondern ein größeres Darmsegment mit einem sogenannten Sicherheitsabstand, um eine adäquate onkologische Behandlung und eine optimale Heilungschance damit zu auch erreichen. Und dann wird der Darm, hier in dem Fall bei dem Sigma, wird soweit mobilisiert, dass hier eine neue Darmverbindung angelegt wird. Jetzt ist der Darmkrebs gerade im Alter zunehmend steigend. Und auch unser Patientengut ist sicherlich auch des älteren Menschen. Aber wir sehen auch immer mehr Menschen und jüngere Menschen, die einen Darmkrebs immer haben. Und dementsprechend ist die Vorsorge sicherlich anders zu werden und vielleicht sogar in den nächsten Jahren eher weiter nach vorne zu schreiten. Insgesamt, overall, also über alle Darmkrebsstadien, hat man ungefähr 60 bis 70 Prozent dauerhafte Heilungschancen. Das ist so insgesamt aus Daten in Deutschland. So, wenn man jetzt zur Lebensqualität geht nach einer Operation, dann ist sie natürlich erstmal schlechter nach der Operation. Ich gehe ja erstmal eine Verschlechterung ein, also ich gehe erstmal auch ein gewisses Operationsrisiko ein, um dann hinterher den Benefit davon zu haben. Und wenn ich das aber nach ungefähr einem Jahr sehe, dann sind bei vielen Dingen, und wir sehen, dass der Mensch sich erholt und mehr oder weniger bei einigen Dingen wieder eine vergleichbare gute bis sehr gute Lebensqualität vergleichbar fast zu dem präoperativen Bereich hat. Und das ist so insgesamt beim Darmkrebs. Und das geht von der Psyche über das körperliche Empfinden bis hin zu sozialen Faktoren. Da gehe ich jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und das ist jetzt insgesamt gewesen für alle Darmkrebsoperationen, also für jeglichen Dickdarm als auch für einen Enddarmkrebs, der etwas spezieller ist aufgrund seiner Anatomie und aufgrund natürlich des Schließmuskels und des Darmausgangs, des Afters. Und das ist immer die Lebensqualität, kann dadurch etwas stärker eingeschränkt sein, weil dadurch gleichzeitig die Stuhlhaltefunktion oder kann ich überhaupt die Kontinenz, also die Stuhl- oder die normale Darmpassage überhaupt erhalten. Weil wenn hier unten ein Tumor ist, muss ich eventuell den Schließmuskel und den After mit entfernen, sodass daraus ein künstlicher Darmausgang resultiert. Deswegen ist die Lebensqualität nach einer Rektumkarzinom-Operation oder Enddarmkrebsoperation sicherlich eher schlechter zu sehen als bei einer generellen oder allgemeinen Dickdarmoperation. Aber wenn man jetzt hier das als Anfangsstatum vor der Operation und dann hinterher im Verlauf von, ich sag mal jetzt hier, 18 bis 24 Monate dann zu sehen, dann ist es bei vielen Dingen, dass es fast wieder ähnlich ist, beziehungsweise die Schmerzen sogar geringer sind als vor der Operation, wahrscheinlich weil der Tumor im Durchschnitt doch Schmerzen verursacht hat. Bei Schwäche oder Schlaflosigkeit ist sicherlich noch eine gewisse Einschränkung der Lebensqualität vorhanden, aber bei vielen anderen Dingen, wie auch insgesamt Gesundheitsempfinden, ist nach anderthalb Jahren mehr oder weniger fast wieder der gleiche Zustand wie vor der Operation oder in dem Fall jetzt hier in der Studie im Bereich der Normalbevölkerung als Referenzpopulation zu sehen, ist das wieder gleich oder nur leicht eingeschränkt, ich sag mal im Großen und Ganzen vielleicht 10% geringer die Lebensqualität im Vergleich zu der Normalbevölkerung. Bei Entdarmkrebs kommen dann auch andere Faktoren zu, wie ist das Körperempfinden, was etwas schlechter ist. Die Ängste sind aber eher weniger als vor der Operation, aber auch sowas wie Impotenz oder Sexualempfinden ist zwar eingeschränkt im Vergleich zu dem Voroperierten und das hier ist zum Beispiel der Voroperierte, die Referenz, also das heißt nicht operierte Patienten und das wäre so ungefähr also etwas weniger nach der Operation, nach anderthalb bis zwei Jahren, das bei Männern und das bei Frauen mit entsprechenden Interesse oder Empfinden bei Sexualität. Was kann jetzt die Darm- oder die Lebensqualität verschlechtern, gerade bei einer Darmoperation? Das sind verschiedene Risikofaktoren, die der eine oder andere auch selbst beeinflussen kann. Das ist natürlich neben, klar, wenn ich einen schlechten Allgemeinen oder Gesundheitszustand schon vor der Operation habe, dann ist das Risiko, dass ich nach der Operation ebenfalls auch eine zunehmend schlechtere Lebensqualität habe, durch die erstmal die Beeinflussung oder Beeinträchtigung durch die Operation nochmal höher. Aber auch Rauchen und Übergewicht sind Risikofaktoren mit schlechter Lebensqualität, wie auch ein künstlicher Darmausgang. Den versuchen wir eigentlich immer zu vermeiden, aber trotz alledem, in Deutschland leben ungefähr 100.000 Menschen mit einem künstlichen Ausgang. Und die Risiken oder Gründe, warum bekommt man überhaupt einen künstlichen Ausgang, das ist im Endeffekt das natürlich im Rahmen einer Tumoroperation, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber es kann auch durch eine Entzündung oder durch irgendeine andere Ursache eine Verletzung des Darmes sein, eine Darmperforation oder auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die durch Entzündungen, Perforationen, also Darmdurchbrüche etc. dazu führen können oder im Rahmen von einer heilenden oder weiteren Behandlung. Ein künstlicher Darmausgang wäre jetzt hier, dass man ein Stück vom Darm entfernt und dann hier das andere Ende als ein Beispiel, es gibt verschiedene Arten von künstlichen Darmausgängen, dann ausleitet durch die Haut und dann letzten Endes mit einem Beutelsystem versorgt, sodass der Stuhlgang nicht mehr über den After austritt, sondern über diesen Beutel, was natürlich eine Beeinträchtigung ist und eine Veränderung der Lebenssituation, aber trotzdem machbar. Und es gibt diese künstlichen Darmausgänge sowohl von Dünndarm als auch vom Dickdarmbereich und es gibt einen dauerhaften, das heißt einen lebenslangen künstlichen Darmausgang, neben einem vorübergehenden, einem temporären. Beim Dauerhaften ist, was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn der Enddarmkrebs zum Beispiel den Schließmuskel infiltriert und man ihn aus onkologischen Gründen entfernen muss, weil sonst man den Tumor nicht komplett entfernen kann, dann hat man keine im Endeffekt Alternative. Die andere Sache ist, wenn vielleicht schwere Formen der chronischen entzündlichen Darmerkrankung sowas mal bedingt und ein vorübergehender dagegen ist zum Beispiel, wenn ein vorübergehender tumorbedingter Darmverschluss, weil der Dickdarmkrebs den Tumor zuverschlossen hat, dann einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang anlegt, um im Endeffekt die Darm kontinuiert oder überhaupt wieder essen zu können, weil wenn der Darm komplett zugeht, würde man letzten Endes ja den Stuhl erbrechen, weil unten nichts mehr weitergeht. Was wir aber manchmal im Rahmen einer Heilungssituation und einer Operation anlegen müssen, ist ein vorübergehender künstlicher Darmausgang, meistens dann der Dünndarm, um eine neue Darmverbindung im Rahmen zum Beispiel beim Enddarmkrebs überhaupt auch eine Heilung optimal zu gestalten, sodass das dann nach kurzer Zeit dieser künstliche Darmausgang, nachdem die neue Darmverbindung angelegt wurde, wieder zurückverlagert wird. Und sowas auch vergleichbar wäre zum Beispiel, wenn es Komplikationen gäbe, wie zum Beispiel, wenn eine neue Darmverbindung nicht heilt, auch dann wäre ein vorübergehender künstlicher Darmausgang anzulegen. Was aber, dass die Lebensqualität sicherlich etwas mehr eingeschränkt ist beim künstlichen Darmausgang, und zum Beispiel mit Müdigkeit durchschlafen oder Schlaflosigkeit, Kräftezustand, aber auch Ausdauer, Fitness und Sexualleben sicherlich eingeschränkt ist, aber trotzdem machbar ist, zeigen sie einfach hier, man hat so eine Verringerung der Lebensqualität, ich sag mal so um die 20 Prozent im Vergleich zu der Normalbevölkerung, ist aber auch die Frage, wie geht der Mensch damit um? Und das sind ja alles Durchschnittswerte. Und wenn man hier die Range, die Spannungsbreite von der Lebensqualitätsindex-Score mal sieht, dann sind zum Teil manche genauso oder besser, mehr oder weniger als manche, die in der Normalbevölkerung keinen künstlichen Darmausgang haben. Das heißt, man kann dieses auch so annehmen und vielleicht auch eine nahezu normale Lebensqualität damit. Und man kann hier damit schwimmen, man kann Bodybuilding machen, Fahrrad fahren etc. Alles ist damit heutzutage möglich. Jetzt ist die Frage, wir versuchen diese künstlichen Darmausgänge zu verhindern, die Frage ist, was beeinflusst noch die Lebensqualität? Und da sehen wir, dass von operativer Seite auch das Operationsverfahren die Lebensqualität beeinträchtigen kann. Wir haben heutzutage die Möglichkeit, über die innere und die gastroenterologischen Kollegen, frühe Stadium komplett zu entfernen durch eine Darmspiegelung ohne überhaupt eine Operation. Was natürlich das Optimale ist für die Belastung des Patienten und für die Lebensqualität. Wenn der Tumor aber etwas weiter fortgestritten ist, dann müssen wir im Endeffekt auch eine offene, richtige, größere Operation durchführen. Und das wäre entweder als offene Variante, was früher immer gemacht wurde, heutzutage aber mit der minimalinvasiven Technik. Und dazu zählt sowohl die laparoskopische Operation, also minimalinvasiv, als auch die roboterassistierte Operation ist gleich und zählen beide zu dem minimalinvasiven Verfahren mit nur kleinen Schnitten. Und hier als kleinen Bergeschnitt zum Beispiel, um den Tumor aus der Bauchhöhle überhaupt rauszukriegen. Und wie das dann Einfluss auf die Lebensqualität hat, sehen Sie hier, wenn man hier die offene Operation mit der minimalinvasiven vergleicht, ist natürlich die Belastung für die Patienten erstmal geringer und der Aufenthalts- und Komplikationsrate eher geringer bei den minimalinvasiven Operationen. Das onkologische Ergebnis gleichwertig und die Lebensqualität eher höher. Und das sehen Sie auf den nächsten Bildern. Hier sehen Sie zum Beispiel nochmal so einen minimalinvasiven Bereich mit den, ich sag mal, manche sagen auch Stäbchen dazu. Und von innen das Bild ist hier eine neue Darmverbindung und die wird hier zusammengeführt. Und wenn man danach eine Darmspiegelung macht, sehen wir hier ungefähr noch die neue Darmverbindung, die Anastomose von dem Dickdarm. Und hinter kosmetisch ist dann hier unten nur der kleine Bergeschnitt und sonst nur noch kleinere Schnitte. Also ein viel schnelleres Zurückfinden in den Alltag. Wie das der Einfluss auf das Operationsverfahren, auf die Lebensqualität hat, wurde vor ein paar Jahren einmal untersucht. Und das hier ist zum Beispiel eine offene Operation zu einer minimalinvasiven Operation. Es ist vollkommen egal, ob Roboter oder laparaskopisch, hat ansonsten keinen Unterschied. Der einzige Unterschied, dass die Roboter-assistierte Operation etwas länger dauert als die laparaskopische. Ansonsten sind die beiden Verfahren vollkommen gleichwertig in allen Untersuchungen, die bisher bezüglich Darmkrebs durchgeführt wurden. Aber nicht die offene bezüglich der minimalinvasiven Operation. Und wenn das hier, das ist der Ausgangswert, also vor der Operation, als Referenz, wenn man so will. Und wenn man hier diesen Wert, das ist nach sechs Monaten und das nach 18 Monaten, dann sehen wir, dass schon deutlich Unterschiede sind. Wenn man jetzt die minimalinvasiven Bereich sieht, ist die Müdigkeit sogar weniger vorhanden als noch vor der Operation. Und überall auf jeden Fall weniger, auch die Schmerzen, auch langfristig als bei der offenen Operation, aber auch als vor der Operation. Also insgesamt eine Verbesserung der Lebensqualität sogar. Und auch hier verschiedene Parameter wie Luftnot, Schlaflosigkeit oder hier Appetit, ist eigentlich, war vorher eingeschränkt, ist mehr oder weniger bei der minimalinvasiven nach anderthalb Jahren vollkommen normal eigentlich. Das ist ja kein Unterschied. Wenn man das insgesamt sieht, sind deutlich Vorteile. Und das hier nur als Beispiel, das sind, wie gesagt, die Ausgangswerte, die mehr oder weniger gleich sind. Und man sieht eigentlich fast überall bei den roten Kreisen offen zu minimalinvasiv, dass das minimalinvasive überall besser ist. Und insgesamt hier sogar vergleichbar nach anderthalb Jahren wie die Lebensqualität vor der Operation. Aber oder und deutlich besser im Vergleich zur offenen Operation, wo die Lebensqualität doch noch eingeschränkt ist. Und wenn man das jetzt zusammenfasst, gibt es verschiedene Aspekte. Erstens, die Lebensqualität ist natürlich bei jeder Tumorerkrankung eingeschränkt. Da braucht man auch sich nichts vormachen, allein von der Psyche etc. Aber man hat eine deutliche Verbesserung. Und man kann eine, über eine gewisse Zeit nach Erholung, und da sprechen wir von 12 bis oder 6 bis 18 Monaten, kann man eine deutliche Besserung und teilweise Normalisierung der Lebensqualität wieder erreichen. Die Stoma-Träger oder die Stoma-Künstliche Darmausgangssituation ist sicherlich eine Lebensqualitätseinschränkung, aber kann trotzdem gut sein. Risikofaktoren können wir beeinflussen oder sind verschiedene da. Und das Operationenverfahren. Und deswegen versuchen wir in unserer Klinik möglichst wenig offene Operationen und möglichst viele minimalinvasive Operationen. Manchmal geht es technisch nicht, wenn viele Operationen vorliegen oder wenn der Tumor schon in andere Organe zum Teil eingewachsen sind. Dann ist das schwierig, eine minimalinvasive Operation durchzuführen. Aber wenn es irgendwie geht, versuchen wir das minimalinvasiv. Und wir haben heutzutage bei den Elektiven sicherlich um die 80 Prozent und zum Teil auch Notfalloperationen versuchen wir minimalinvasiv oder dringliche Operationen durchzuführen, um dann entsprechend die Lebensqualität am Ende doch möglichst groß zu haben und hochzuhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es dazu Fragen? Ansonsten würde ich gerne an den Kollegen, Dr. Armat, einmal bitten, einmal über das Risiko Diabetes. Ist gar nicht so leicht. Die Maus will nicht. Wahrscheinlich, weil weiße Oberfläche. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht. Einmal zu übernehmen. Jawohl, meine Wenigkeit darf jetzt referieren über den Zusammenhang Diabetes, Mellitus und Darmkrebs. Fangen wir einfach mal an. Ein paar allgemeine Infos zu Beginn. Darmkrebs betrifft pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland etwa 60.000 Menschen. Das ist ganz schön ordentlich. Der Risikofaktor ist das metabolische Syndrom. Was bedeutet metabolisches Syndrom? Die WHO hat das metabolische Syndrom definiert als eine Kombination von Symptomen, die sich zusammensetzen. Einerseits aus einer sogenannten Insulinresistenz, die liegt immer vor. Insulinresistenz bedeutet, dass die Zellen unseres Körpers zunehmend unempfindlich werden gegenüber Insulin. Und das hier mündet letzten Endes in einen manifesten Diabetes, Mellitus. Und beim metabolischen Syndrom ist die Insulinresistenz kombiniert mit zwei weiteren Problemen, die da wären. Übergewicht, Fettleibigkeit, ein erhöhter Bluthochdruck, eine Veränderung des Profils der Blutfette. Und da steht ja nicht drauf, das ist die Eiweißverlustmäre. Patienten, die einen Diabetes Mellitus haben, haben mehr Intervallkarzinome. Intervallkarzinome sind Darmkrebse oder Darmtumoren, die auftreten zwischen einer Darmspiegelung und der geplanten Kontrolldarmspiegelung. Und bei den Diabetes-Patienten treten diese also häufiger auf. Interessant ist, wenn man also diese Patientengruppe untersucht, dass von den Patienten, die eben ein Intervallkarzinome erleiden, doppelt so hoch die Anzahl der Patienten beträgt, die einen manifesten Diabetes haben. 31 versus 15 Prozent. Es ist schlussfolgernd logisch, dass bei Diabetes-Patienten die Detektionsrate der Darmpolypen einfach höher ist. Diese Rate korreliert mit männlichem Geschlecht. Also wir räumen heute nicht auf, wir gehen heute leer aus. Rauchen, Fettleibigkeit, das sind im Prinzip genau die gleichen Punkte, die ich eben schon aufgezählt habe. Und diese Rate ist höher, wenn ein Diabetes vorliegt und keine Intervention durchgeführt worden ist. Ein Diabetes bedeutet nicht unbedingt, dass er medikamentös behandelt werden muss. Man muss intervenieren. Es gibt auch nicht medikamentöse Verfahren oder Therapiekonzepte. Und wenn das nicht vorliegt, ist diese Rate einfach höher. Man hat es geschafft, in den letzten 20 Jahren die Darmschlebsfälle in der Bundesrepublik ungefähr um 20 Prozent zu senken. Leider, paradoxerweise, leider ist es so, dass Typ-2-Diabetiker eben seltener an der Vorsorgeuntersuchung oder der Vorsorge-Darmspiegelung teilnehmen als gesunde Patienten. Interessant ist das Kohortenphänomen. Ich kann mich outen. Ich bin 1986 geboren. Damit falle ich hier in die Generation Y. Vor kurzem war ja in den Medien die Generation Z präsent. Und wir können ja mal überlegen, wer hier im Raum welcher Generation zugehörig ist. Also meine Generation hat im Vergleich zu den Baby-Boomern, das soll eigentlich eine 56 sein, also 1956 bis 65, ein doppelt so hohes Risiko allgemein. Nicht nur Darmkrebs, sondern allgemein dazu zählt Leberkrebs, Prostatakrebs, Brustkrebs und eben auch der Darmkrebs. Welche Ursachen spielen eine Rolle? Das sind im Prinzip wieder die gleichen, die ich eben schon genannt habe, aber auch das, was Professor Erhard gerade genannt hat, die veränderte Zusammensetzung der Bakterien in unserem Darm, aber auch ein erhöhter Konsum von Softdrinks, Rauchen, ein ungesunder Lebensstil und eben die Dinge, die das metabolische Syndrom ausmachen. Die Amis sind stark fortschrittlich und zukunftsorientiert. Bei denen ist es so, dass die Vorsorge-Darmspiegelung bei Typ-2-Diabetes-Patienten bereits ab 45 Jahren durchgeführt wird. Welche Mechanismen liegen zugrunde? Das ist einmal die Insulinresistenz. Das ist die häufigste Gemeinsamkeit zwischen dem Typ-2-Diabetes und dem Darmkrebs. Interessant ist, dieses IGF, das Insulin-Growth-Factor-1, das ist ein Hormon, was in der Leber gebildet wird und freigesetzt wird. Die Rezeptoren für dieses Hormon sind in den Darmkrebszellen, in den Polypen oder in den Krebszellen stärker exprimiert. Das heißt, die sprechen darauf an. Und die sogenannten Adipokine, das sind letzten Endes Hormone oder hormonaktive Moleküle, die aus dem Fettgewebe entstehen, sind verändert. Manche sind proinflammatorisch, also begünstigen Entzündungen, und manche sind antiinflammatorisch, sorgen dafür, dass Entzündungen zurückgehen. Und das ist bei Darmkrebs-Patienten eben zum ungünstigen Verhältnis verändert. Der zweite Mechanismus ist der hohe Blutzucker selbst. Auch hier gibt es eine höhere Assoziation bei Männern. Wenn ein Diabetes bei einem Patienten vorliegt und das schlecht eingestellt ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Darmkrebs sich an im Vergleich ungünstigen Stellen eher ausbildet, wie in dem aufsteigenden Teil vom Dickdarm. Das ist der transversale Teil und der absteigende Teil. Und die Tumoren, die hier auftreten, sind insgesamt meistens bei Diagnosestellung etwas fortgeschrittener und haben eine im Vergleich leicht angeschränktere oder schlechtere Prognose. Noch etwas Interessantes, es gibt ganz viele Kaskaden, Signale Empfänger, Signale Fortleiter und darunter auch einen Transporter, der Glucose Transporter 1, und auch der ist in der Moment sehr mit Erlebt. Letzten Endes führt diese Konstellation häufig dazu, dass bei diesen Patienten klassische Chemotherapie einfach nicht oder sehr schlecht wird. Es gibt Arbeitsgruppen, die propagieren, dass bei solchen Patienten der Zucker sehr straff eingestellt werden soll. Wobei auch hier aktuellen Paradigmenwerte vorliegt, man stellt nicht mehr in den Vordergrund, dass der Zucker immer weit nach unten gesenkt wird, sondern dass die Organprotektion im Vordergrund steht. Der dritte Mechanismus ist Stress, molekularer Stress. Das kann man daran ablesen, dass Radikalfänge, also Moleküle, die Stressoren abfangen, abfallen. Und darunter zählt eben das Glutadion. Bei Darmgriffspatienten und bei Diabetes mellituspatienten ist es so, dass unterm Strich eine chronische Entzündung vorliegt, die überall vorliegt. Und man diskutiert heutzutage, ob man Medikamente einsetzt, die eben antientzündlich wirken. Und zum Beispiel die Synthese von Prostaglandin hemmen. Es werden mehrere Kaskaden freigesetzt, die oxidativen Stress ausmachen. Worauf ich noch gerne zu sprechen kommen möchte, sind ein paar Medikamente, die beim Diabetes mellitus eingesetzt werden. Darunter, aktuell stark in der Diskussion und sehr gehypt, die sogenannten Abnehmenspritzen, die viele Patienten wöchentlich einmal applizieren, um einfach abzunehmen. Wobei dieses Medikament eigentlich zugelassen ist, um den Blutzucker zu kontrollieren. Dieses Medikament wirkt letzten Endes, führt dazu, dass die Insulinensekretion stimuliert wird. Es ist toll, das Unterzuckerungsrisiko ist sehr niedrig. Und diese Bauchspritzen haben begleitend einen sehr guten herzschützenden Effekt. Was viele aber nicht wissen, das ist aktuell total in Mode geraten. Und die Amerikaner und Spanier kaufen uns das alle weg, sodass wir in der Klinik Probleme haben, Patienten dieses Medikament zu verschreiben, weil es einfach vergriffen ist und nicht verfügbar ist. Wenn Patienten veränderte Zellverbände, Krebsvorstufen in der Bauchspeicheldrüse oder an der Schilddrüse haben, kann dieses Medikament bewirken, dass diese leichter entarten. Was den Darmkrebs angeht, ist es interessant, dass das Risiko im Vergleich dosis- und zeitabhängig sogar sinkt. Bedeutet aber nicht, dass sie hier rausgehen und jetzt alle in die Apotheken stürmen und das wegkaufen, was ohnehin nicht mehr verfügbar ist. Hier hat man übrigens sehr große Studien durchgeführt mit vielen, vielen tausend Patienten, die verglichen worden sind. Abnehmspritze im Vergleich zur Abnehmspritze mit Metformin, einem sehr klassischen Medikament für Typ-2-Diabetes-Patienten. Dieses Medikament, ich hatte erwähnt, hat einen guten herzschützenden Effekt und es verändert die Struktur, das Profil der Blutfette, die wir haben. Wir sprechen immer von schlechtem Cholesterin, aber wir sollten wissen, dass es auch Blutfette gibt, die wir benötigen für die Gefäßstabilität. Die kleinen, dichten Partikel haben einen hohen antherogenen Effekt, das heißt, die können eine Gefäßinnenwand leichter schädigen, verändern, verengen lassen und zu Problemen führen, wie Herzinfarkt, Schlaganfälle. Und diese GLP-1-Rezeptor-Agonisten führen dazu, dass das Gleichgewicht zugunsten der guten Fette verändert wird. Kommen wir zum Ende. Der Zusammenhang zwischen Diabetes und Darmenkrebs ist groß. Es gibt verschiedene Mechanismen, die den Zusammenhang erklären. Diabetes-Patienten müssen erst recht gründlich und sorgfältig auf Darmenpolypen untersucht werden. Wenn Patienten einen Diabetes mellitus haben, sollte man auf jeden Fall intervenieren. Das muss nicht immer medikamentös sein, aber der Diabetes muss therapiert werden. Man kann oder wir Ärzte können bei der Wahl der Medikation mit berücksichtigen, was Medikamente für Begleitwirkungen haben oder Nebenwirkungen haben oder Begleiteffekte haben. Und ich hatte ausgeführt, dass man bei diesen Bauchspritzen auf jeden Fall ausschließen sollte, dass es ein Problem an der Bauchspeicheldruse oder an der Schilddruse gibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, man sieht an den ganzen Vorträgen schon, aus wie vielen unterschiedlichen Richtungen man auf die ganze Sache draufguckt, sowohl was die Prävention als auch was die Behandlung angeht. Und ich habe jetzt 10 bis 12 Minuten Zeit, Ihnen was zu neuen Therapieoptionen beim Darmkrebs zu erzählen. Mal kurz, worüber ich sprechen möchte. Wo stehen wir im Moment? Woran arbeiten wir? Da geht es insbesondere um Studien, an denen wir teilnehmen. Und was kommt in der Zukunft in der Onkologie auf uns zu? Da kommen wir ein bisschen her. Chemotherapie ist etwas, was ziemlich ungezielt auf alles draufhaut, was sich häufig teilt. Das macht den Haarverlust, das macht die Schleimhautschäden, das macht die Blutbildveränderung. Kann man so ein bisschen boshaft sagen, wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem erst mal wie ein Nagel aus. Das wollen wir eigentlich ja gar nicht. Nicht mal die Onkologen mögen so richtig gerne die Chemotherapie, sondern eigentlich möchten wir ja viel zielgerichteter behandeln. Es gibt natürlich Vorteile. Und die konnten wir ja auch in vielen, vielen Studien ganz gut belegen. Das heißt, wir haben die Heilungsraten und auch das Überleben unserer Patienten gesteigert. Ich glaube, dass wir Onkologen immer mal ein bisschen überschätzen, wie viel wir da tatsächlich mit erreichen. Die Verfügbarkeit von Chemotherapeutika ist natürlich sehr gut. Das kann jede niedergelassene onkologische Praxis, das kann jede Klinik, jedes Krankenhaus kann das anbieten. Und die Kosten sind im Vergleich, das werde ich Ihnen nachher noch zeigen, zu dem, was wir ansonsten heute veranstalten, relativ moderat. Und Nachteile, die Medikamente machen mitunter erhebliche Nebenwirkungen. Und gerade wenn wir über metastasierte Tumorerkrankungen reden, hat man gelegentlich oder kann man zu der Überzeugung kommen, die Nebenwirkungen machen den Leuten mehr Theater als die Erkrankung. Das soll ja auf gar keinen Fall sein. Und wir müssen natürlich sehr genau gucken, wie wählen wir unsere Patientinnen und Patienten aus. Chemotherapie werden sie nicht jedem geben können. Ich habe gerade heute von Kollegen Erhard und Patienten vorgestellt, 88 Jahre alt, kommt so im Rollstuhl an, mit dem wird man nicht über eine Chemotherapie sprechen, sondern da hätte man natürlich lieber ganz andere Behandlungsoptionen abseits der Chemotherapie. Und das, was wir tatsächlich dann heute machen, ich habe Ihnen hier mal ein Staubild mitgebracht, ist zunächst mal zu prüfen, wie unterscheidet sich denn eigentlich die gesunde Körperzelle von der krankhaft veränderten Tumorzelle. Diese krankhaft veränderte Tumorzelle hat sehr oft ganz andere Oberflächeneigenschaften, Eiweiß- oder Zuckereiweißmoleküle, die an der Oberfläche in großer Konzentration hocken, nicht aber auf der gesunden Körperzelle. Oder sie beschreitet ganz andere Stoffwechselwege, die durch die Veränderung hin zur Tumorzelle entstanden sind, die wir auch da wieder in der Tumorzelle nachweisen können, nicht aber in der gesunden Körperzelle. Und das ist dann das, was wir mittlerweile tun, dass wir nämlich unsere Pathologen damit traktieren. Und ihr seid lange noch nicht damit fertig, wenn ihr uns mitgeteilt habt, das ist Darmkrebs, sondern wir wollen ganz, ganz viel mehr wissen. Und ich werde das jetzt nicht hier mit Ihnen durchgehen, aber das sind so Sachen, mit denen wir in Tumorkonferenzen herumjodeln, um möglichst gut herauszufinden, wie behandeln wir denn unsere Patienten. Ist der Patient Ras-Wild-Typ? Ist der Beraf-Mutat? Ist der MSI-High? Oder hat er vielleicht eine N-Track-Mutation? Und Sie sehen, das Spannende bei der ganzen Angelegenheit ist, dass wir diesen genetischen Veränderungen oder auch diesen Oberflächeneigenschaften Medikamente zuordnen können. Das heißt, wenn uns der Pathologe beispielsweise sagt, dieser Patient ist MSI-High, der hat also eine Veränderung, die in gesunden Körperzellen nicht vorkommt, dann können wir dem ein Medikament geben, das auf den schönen Namen Pembrolizum abhört. Und um Ihnen vielleicht mal zu illustrieren, was man damit erreicht, wir haben im Jahr 2018 einen damals 47-jährigen Patienten mit einer ganz, ganz schweren Ausbreitung von Tumor innerhalb der gesamten Bauchhöhle gehabt, einer sogenannten Peritonealkarzinose mit dicken Knubbeln im gesamten Bauch. Den habe ich zuletzt vor drei Wochen gesehen. Der bekommt seitdem dieses Medikament Pembrolizum ab, was mit Chemotherapie nichts zu tun hat. Und der ist in einer sogenannten kompletten Remission. Heißt, wir finden nichts mehr von dem Tumor. Jetzt ist er dann mittlerweile, wer mitgerechnet hat, 54 Jahre alt. Der macht das so, der kommt morgens um 8 Uhr zu uns, kriegt diesen Antikörper und wird dann zur Arbeit. Der Mann ist völlig unbeeinträchtigt. Das heißt, wir haben mittlerweile die erfreuliche Entwicklung, dass wir uns bei vielen Sachen von der klassischen Chemotherapie entfernen, mit all ihren Nebenwirkungen, hin zu einer deutlich zielgerichteteren Behandlung. Und damit natürlich auch zu einer mit weniger Nebenwirkungen behafteten Therapie. Das sind die Sachen, die wir heute schon können. Das sind Verfahren, die zugelassen sind, Verfahren, die ganz klar etabliert sind und die wir einsetzen. Spannend wird es natürlich, wo geht es denn möglicherweise in Zukunft mal hin. Und ich habe Ihnen hier ein Schaubild mitgebracht zu einer Studie, an der wir zuteil teilnehmen. Und zwar sind das die Patienten, die von Herrn Dammann und von Herrn Vossug erfolgreich selbstverständlich operiert worden sind. Das heißt, der ganze Tumor ist raus. Was wir wissen ist, Tumorzellen geben ihre Erbsubstanz, ihre DNA ins Blut ab. Die können wir messen. Und jetzt würden wir ja mal ganz fest erwarten, wenn der Tumor raus ist, finden wir keine Tumordna mehr. Und das, was wir jetzt in dieser Studie beispielsweise machen, ist die Frage zu beantworten, was passiert denn mit den Menschen, bei denen wir trotz einer erfolgreichen Operation immer noch Tumordna, also Erbsubstanz des Tumors, in der Blutbahn finden. Und dann machen wir etwas, wir schicken den Tumorblock nach Bochum, da wird der von der Pathologin dort untersucht, und wir schicken Blut nach Leipzig. Und dann gleichen die das untereinander ab, findet ihr die gleiche Tumordna in Bochum, im Tumor, wie wir die in Leipzig im Blut gefunden haben. Und dann prüfen wir, welche der Patienten am meisten von einer Chemotherapie profitieren. Das heißt, schaffen wir es, das Rückfallrisiko bei den Patienten, bei denen wir eine solche Tumordna finden, tatsächlich zu reduzieren, wenn wir die mit einer Chemotherapie behandeln. Das heißt, wir gehen weit über ein Tumorstadium, über einen Lymphknotenbefall oder so etwas hinaus und versuchen mit einer genetischen Steuerung tatsächlich dahin zu kommen, welches sind die Menschen, die am meisten von einer Behandlung profitieren. Schönerweise hat man sich dann auch noch einen feinen Namen für die Studie ausgedacht, die heißt Circulate, also es zirkuliert. Das ist eine große Studie, die in ganz Deutschland durchgeführt wird. An insgesamt 150 Zentren wird das im Moment durchgeführt. Man muss gigantische Patientenmengen untersuchen, um das herauszubekommen. Das heißt, es müssen etwa 5000 Patienten voruntersucht werden, um genau die Gruppe zu identifizieren, bei denen wir diese DNA, diese krankhafte Tumordna, tatsächlich im Blut finden. Nächste spannende Sache, die kommt, ist ein Verfahren, das nennt sich KT-Cell-Therapie. Das kennen wir bei Behandlungen von Leukämien bei Kindern. Und da macht man sich eine ganz spannende Sache zunutze. Wir haben ein Immunsystem. Erfreulicherweise bekämpft das Bakterien und Viren und alles Mögliche, was sonst im Körper eigentlich nichts verloren hat. Leider keine Tumorzellen. Und das, was jetzt hier dargestellt ist, dass man aus dem Patienten Blut entnimmt. Das ist der erste Pfeil da oben, mit der eins gets kennzeichnet. Und die T-Zellen, das sind Zellen, die sind immunkompetent, die greifen normalerweise eben Bakterien und Viren, blöderweise keine Tumorzellen an. Das heißt, die isolieren wir. Und dann bringen wir denen bei, wie man einen Tumor angreift. Das macht man im Labor. Da man nicht so furchtbar viele Tumorzellen hat, wie man eigentlich braucht, werden auch die noch im Labor wieder vermehrt, damit man möglichst viele hat. Und dann gibt man die wie eine kleine Infusion, sieht ein bisschen ähnlich aus wie eine Bluttransfusion in Patienten zurück. Also Zellen, denen man im Labor beigebracht hat, wie man einen Tumor angreift. Das ist primär mal entwickelt worden für akute Leukämien bei Kindern. Wir kennen das bei Lymphknotenerkrankungen, bei Erwachsenen. Da wird das in Deutschland mittlerweile auch eingesetzt. Mit wirklich erfreulichen Ergebnissen. Und da werden jetzt auch die ersten Studien durchgeführt mit soliden Tumorerkrankungen, unter anderem auch dem Darmkrebs. Und Sie sehen, das sind Therapieverfahren, die sich von einer Chemotherapie oder einer klassisch-medikamentösen Therapie sehr, sehr weit entfernt haben. Und die damit natürlich mit den Nebenwirkungen einer Chemotherapie auch überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das ist eine Entwicklung, die auch sehr, sehr rasant läuft. Solche Studien finden sehr, sehr schnell Einzug in das tägliche Geschäft. und werden sicherlich in weiten Bereichen mein Fachgebiet auch verändern. Dann habe ich Ihnen ein wundervoll unübersichtliches Schaubild mitgebracht. Die interessanteste Sache ist eigentlich unten rechts, das sieht man jetzt auf meinem Bildschirm hier, den ich vor mir habe, etwas besser als Sie das tun. Das ist nämlich die Frau Türecci. Frau Türecci ist eine der Mitbegründerinnen der Firma BioNTech, die den Impfstoff gegen Corona entwickelt haben. Und ich hatte die Freude, Frau Türecci live zu erleben bei einer Festvorlesung in der Ruhr-Universität in Bochum. Da war sie von meiner dortigen Kollegin, von der Frau Professorin Rainer-Haschick, eingeladen worden. Sie wissen, BioNTech macht Impfprogramme. Das Eigentliche, was die aber vorher, bevor uns Corona aus der Bahn geworfen hat, gemacht haben, war, Impfstoffe gegen Tumorerkrankungen zu entwickeln. Ich habe Ihnen hier mal einfach nur einen Teil aus dieser Folie herauskopiert. Und Sie sehen so ein bisschen was Ähnliches, was ich Ihnen gerade schon mal bei diesen Immunzellen gezeigt habe. Letztlich nimmt man hier Tumorgewebe raus. Hier mal beispielhaft an der Bauchspeicheldrüse einen wirklich sehr aggressiven Tumor gezeigt. Und dann guckt man einfach nach, welche genetischen Veränderungen finden wir denn in der Tumorzelle, die wir aber in der gesunden Körperzelle oder im gesunden Körper überhaupt nicht finden. Und das, was Frau Turetschi und ihr Team dann letztlich machen, ist, einen Patienten individuellen Impfstoff herzustellen. Und zwar haben die das bei der Bauchspeicheldrüse gemacht, dass die vier verschiedene Impfstoffe hergestellt haben. Das heißt, ganz bezogen auf diesen einzelnen Menschen wurde geprüft, welche genetischen Veränderungen sind da und welchen Impfstoff müssen wir dazu herstellen. Und das ist jetzt im Moment in Erprobung. Das machen die mit einer New Yorker Klinik zusammen. Und das, was Sie dann sich vorstellen, wie die Zukunft mal aussehen kann, hat man sich auch wieder einen schönen Namen ausgesagt, ist der Biontainer. Der soll dann also aufgestellt werden an großen onkologischen Zentren. Sie sehen, das ist so ein mobiles Labor. Frau Turetschi hat in ihrem Vortrag berichtet, dass 50.000 Arbeitsschritte erforderlich sind von der Entnahme des Tumors bis zur Herstellung des Impfstoffs. Und die Ergebnisse, die sie jetzt exemplarisch gezeigt hat für die Bauchspeicheldrüse, waren wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und es gibt eben in Kooperation mit der Universität in Bochum auch entsprechende Forschungen, die für den Darmkrebs laufen. Und auch da gibt es eine Kooperation. Das heißt, wenn wir entsprechende Patienten identifizieren für diese Fragestellung, stellen wir die bei der Kollegin Reinhacher in Bochum vor und arbeiten mit denen da in der Studie zusammen. Das heißt, wenn ich mal so ein bisschen zusammenfassen darf, kann man sagen, unsere Therapie wird besser. Wir können immer individueller gucken, welche Medikamente setzen wir ein. Sowohl, welche Medikamente werden aller Voraussicht nach einen Erfolg bringen, aber auch andersrum formuliert, welche Medikamente brauchen wir möglicherweise gar nicht einzusetzen, weil die ohnehin nichts bringen werden. Das heißt, vor jeder Therapieentscheidung ist immer eine sehr umfangreiche Diagnostik erforderlich. Und diese genetische Diagnostik wird immer, immer größer und ausufernder werden. Wir werden immer mehr verschiedene genetische Veränderungen nachweisen. Und das geht so weit, dass man heute auch, da sind wir in Vorbereitung, eine molekulare Tumorkonferenz einrichtet, wo wir uns also nicht mehr über Darmkrebs, Bauspeicheldrüsenkrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs unterhalten, sondern wo wir uns über genetische Veränderungen unterhalten und aufgrund der genetischen Veränderungen überlegen, welche Therapie ist die günstigste. Erfreulicherweise werden diese Therapien nebenwirkungsärmer. Herr Dammann hat Ihnen vorhin Daten dazu gezeigt, dass wir es tatsächlich auch mit älteren Patienten zu tun haben. Er hat Ihnen viel über Erhalt der Lebensqualität erzählt. Und auch darum geht es natürlich, wenn wir es insbesondere mit metastasierten Tumorerkrankungen zu tun haben, und dass wir die Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten möglichst wenig beeinflussen können. Und dass wir natürlich auch Angebote haben möchten für unsere hochbetalten Patienten, die über 80- oder 85-Jährigen, die ja alle oft auch noch eine sehr gute Lebensqualität haben. Teuer wird es, das muss man hier im Rahmen der AOK mal einmal sagen. Ich habe Ihnen mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Diese Immuntherapie, wo ich Ihnen gerade voll stolz die guten Ergebnisse des 48-Jährigen, jetzt 45-Jährigen Manns vorgestellt habe, kostet alle drei Wochen 5.000 Euro. Ist nicht Ihre Krankenkasse, insofern können Sie ganz beruhigt bleiben. K-T-Cell-Therapie, wo wir also Zellen aus dem Menschen entnehmen und denen beibringen, wie man eine Tumorerkrankung angreift. Das sind 180.000 Euro, die pro Therapie zu veranschlagen sind. Und Frau Türecci rechnet uns vor, dass dieses Verfahren mit den 50.000 Arbeitsschritten etwa 80.000 Euro kostet, ist ja jetzt pro Arbeitsschritt eigentlich noch eine recht überschaubare Summe. Es sind halt leider nur sehr, sehr viele. Und was man tatsächlich sagen kann, auch bei ganz diesen Verfahren wird es auch irgendwann mal um die Frage der Verfügbarkeit gehen. K-T-Cell-Therapie gibt es im Moment auf der Welt. Drei Labore, die das können. Eins davon steht in Leipzig. Wie das mit der Tumorimpfung, die Frau Türecci uns vorgestellt hat, mal werden wird, muss man mal schauen. Auch da wird sicherlich die Verfügbarkeit eine gewisse Rolle spielen. Und was man sicherlich sagen kann, ist, die Entwicklung in der Onkologie ist so erfreulich schnell und so erfreulich umfassend, dass man gelegentlich schon den Eindruck hat, das, was wir vor fünf Jahren gemacht haben, ist heute fast ein Behandlungsfehler. Und deswegen denke ich, ist das sicherlich auch etwas, was an onkologischen Zentren durchgeführt werden sollte, wo eben diese ganzen Professionen, die Sie jetzt heute kennengelernt haben, zusammenarbeiten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir erst am Anfang einer wirklich hervorragenden Entwicklung stehen, was die Behandlung von Tumorerkrankungen angeht. Und ich konnte Ihnen, denke ich, so ein paar Sachen zeigen, die die Behandlung, die Herangehensweise an eine Tumorerkrankung, und das ist nicht nur beim Darmkrebs, sondern bei vielen anderen Sachen, auch revolutionieren wird. Vielen Dank. Darf ich überleiten zu Dr. Vossug und seinem Vortrag? Ja, Dr. Sandmann, vielen Dank für die Überleitung. Darf ich mich bedanken und freue mich, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich muss mal eben mein Thema aufrufen. Das habe ich. Das ist hier. Und die Frage. Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Also das Thema ist, warum ist es wichtig, sich in einem zertifizierten Darmzentrum behandeln zu lassen? Und darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Wir sind im St. Petrus Krankenhaus in Wuppertal. Wir sind erfreulicherweise seit zwei Jahren zertifiziert von der Deutschen Krebsgesellschaft. Und das hat jede Menge Mühe auch gekostet. Qualität leitet sie nicht von Quälen ab, aber hat auch mit viel Arbeit und viel Intensität zu tun. Und so hat man sich in den letzten zehn Jahren im Grunde genommen gefragt, ja, ob die Anzahl durchgeführter medizinischer Eingriffe die Qualität des Behandlungsergebnisses mit hinreichender Wahrscheinlichkeit überhaupt verbessert. Also auf Deutsch übersetzt, wenn man etwas häufig macht, bekommt man dann ein besseres Ergebnis. Da habe ich mir so drei Bilder. Das ist ein sehr schönes Ölgemälde aus dem 18. Jahrhundert. Jan-Josef der Elder-Horemanns, ein flämischer Maler, hat hier gezeichnet. Da ist der Arzt eher so, ja, wie so eine Jesus-Person dargestellt. Man sieht, der hat auch um seinen Haupt so einen heiligen Schein. Der braucht sicherlich nicht häufiger was zu üben. Der hat das Kraft seiner Segnung und seiner Heiligkeit. Der geht hin und heilt die Leute. Der braucht das nicht häufig zu machen. Das nächste Bild, ja, ist auch so um 1800 gezeichnet worden. Da sieht man schon den etwas älteren Kollegen mit einem Bart. Der bedient sich einer Ohrtrompete. Das ist heutzutage das Stethoskop. Ich glaube, mit dem Ding kann man nicht so gut hören. Auch wenn man das ganz häufig macht, wird auch nicht besser das Ergebnis. Was wir natürlich nicht wollen, ist das, was wir hier auch sehen. Das ist das Bild eines Covers aus dem Spiegel. Das heißt, in der Krankenfabrik. Da sieht man, wie so hier die Patienten durchgeschoben werden. Und links und rechts von den Patientenbetten, die wie am Fließband da aufgereiht sind, sind dann die Behandler. Und im Endeffekt hat der einzelne Patient, da schwirren einem ihm nur noch Ärzte und andere Behandler vorbei. So soll es natürlich auch nicht sein. Und so ist auch nicht die Vorstellung von hoher Frequenz und auch nicht von besserer Qualität. Ja, ich glaube, die Folie können wir eigentlich überspringen. Wir haben ja alle mitgekriegt, dass wir jetzt über den Dickdarm sprechen. Der Dickdarm hier ist hier abgebildet und es geht auch um das Rektum. Die nächsten beiden Folien kann ich mir eigentlich auch sparen. Damit würde ich in das gleiche Horn stoßen, wie auch schon meine Kollegen. Es zeichnet noch mal ganz genau, was Risikofaktoren sind für den Darmkrebs. Ja, ich überspringe das mal nur. Möglicherweise ist zukünftig auch auf einer Wurst dann dem entsprechenden Gefahrensiegel. Ja, weil gerade die verarbeiteten Lebensmittel, die wie Kassler, was mit Rosamin verarbeitet worden ist, Salami, die als Dauerwurst gehalten wird. Das ist krebsschädigend. Nächste Folie, ja, was der Kollege da macht, auch nicht gut. Das ist auch klar, das bringt Lungenkrebs, aber auch Rauchen ist halt schädlich. Da gehen wir mal drüber hinweg, haben die Kollegen ja jetzt auch schon weitestgehend erläutert. Nun, was ist ein zertifiziertes Darmpräzentrum? Die Überprüfung eines zertifizierten Darmpräzentrums, so wie wir im St. Petrus Krankenhaus sind, die erfolgt durch die DKG. Und die DKG arbeitet zusammen mit Onkozert und macht dann eine entsprechende Prüfung, die ich Ihnen gleich einmal erläutern werde. Es hat aber nichts damit zu tun, und das ist das Wichtige, Darmkrebszentrum als solches ist kein geschützter Begriff. Ja, und dementsprechend, ich will die Kollegen hier nicht diskreditieren, aber da gibt es natürlich diese, sag ich mal, Werbe- und Fantasienamen, das ist das MDZ, das Magendarmzentrum oder das Zentrum Hochsauerland, Main, Taunus, was auch immer. Aber das hat noch nichts mit einer Zertifizierung zu tun, sondern es ist eigentlich nur der Übergriff von Kollegen, die sich zusammengefunden haben und Darmkrebs behandeln. Jetzt stellt sich die Frage, hier ist ein Bild von unserem schönen bergischen Land. Ja, wir sind ja immerhin mit 1,8 Millionen Menschen, die im bergischen Land wohnen. Wir sehen das hier mal und machen 10 Prozent der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens raus, was ja auch das bevölkerungsreichste Bundesland ist, wie wir wissen. Und wenn wir mal hier in so ein bergischen Land gucken, dann sehen wir, naja, das sind so gerade mal sechs Krankenhäuser, die ja auch wirklich zertifiziert sind nach den Bedingungen der DKG. Und dementsprechend sieht es dann so aus für die Chirurgie, mal ganz einfach zusammengefasst. Vielleicht sind es dann da, da sind die Fallzahlen für den Darmkrebs, für die Operationen am Mastdarmkrebs, was aber nicht bedeutet, dass die Patienten tatsächlich dann auch operiert werden müssen, sondern auch Patienten, die neoadjuvant vorbehandelt worden sind. Also eine Behandlung durch eine mögliche Chemotherapie, durch eine Strahlentherapie und dann in eine sogenannte Vollremission gekommen sind. Die zählen zwar für uns mit, müssen aber nicht operiert werden. Also keine Angst, wir haben genug zu operieren. Darum geht es in dem Fall nicht. Es geht aber insbesondere für uns Chirurgen auch um die Ergebnisqualität. Wir wollen eine niedrige Komplikationsrate, also wenige Komplikationen, keine hohen Komplikationen und die Qualität der Operationen, die wird uns bescheinigt durch das feingewebliche Untersuchungsergebnis der Spathologen. Der guckt sich dann den resizierten Tumor an und sagt dann, ist der weit genug im Gesunden entfernt, haben wir Lymphknoten ausreichend entfernt, so wie das von onkologischer Seite geboten ist. Sie sehen, der Patient steht eben im Mittelpunkt des Darmkrebszentrums. Wir sehen hier, wie viele unterschiedliche Behandlungspartner zusammenwirken, um den Patienten in unserem Darmkrebszentrum zu behandeln. Das ist einmal der Hausarzt, der uns vertrauensvoll dem Patienten zugewiesen hat, unsere Kollegen aus der Gastroenterologie, wir Chirurgen. Wir haben die Strahlentherapeuten, die Onkologen, die Pathologie, die mit uns zusammenarbeitet. Die Radio-Onkologie, Psycho-Onkologen, eine genetische Beratung kann durchgeführt werden, wenn notwendig. Stomatherapeuten, und ich freue mich sehr, dass auch zwei Herrschaften aus der Ilko zu uns gefunden haben. Also mit denen arbeiten wir auch eng zusammen, wenn das dann notwendig ist und bieten den Patienten an, den Kontakt zur Ilko herzustellen. Palliativmediziner, Ernährungsberatung, die Apotheke, die für den Dr. Sandmann die entsprechenden Medikamente und Infusionen dann auch herstellt. Selbsthilfegruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, unser Sozialdienst, der die Verbindung zu den Krankenkassen auch herstellt und dann einen Antrag stellt für die AHB. Aus diesem großen Kreis, den ich jetzt hier ausgewählt habe, treffen sich eigentlich vier Leute, also vier, diese fünf, Entschuldigung, diese fünf Gruppen treffen sich allwöchentlich zur interdisziplinären Konferenz, wo wir dem alle, alle unsere Fälle von Darmkrebs dann besprechen und dann die Therapie auch gemäß der Leitlinieempfehlung festlegen. Hier sehen wir nochmal die unterschiedlichen Behandlungspartner und ich habe hier nochmal geschrieben, habe ich Ihnen ja gerade schon mal erläutert, Psychoonkologen, Vorhaltung geschult habe, psychoonkologischer Beratung, das was bei uns angeboten wird, die Stoma-Therapeuten, das sind die Damen, die den Patienten aufsuchen, wenn denn ein Stoma angelegt worden ist und dann gegebenenfalls auch dann zu Hause in der praktischen Anwendung der Pflegeutensilien helfen, die Ilko, mit der wir zusammenarbeiten, onkologische Fachpflege, das was wir vorhalten, eben geschulte Betreuung der Darmkrebspatienten, der Sozialdienst, über den ich gerade sprach und die Dokumentation, in dem wir, wenn wir einen Nachsorgeplan dann in dem Arztbrief verankern, der verbindlich ist und entsprechend den Empfehlungen unserer Fachgesellschaften folgt. Und die Patienten haben so, und das haben wir ja gerade auch eben vom Dr. Sandmann gehört, die Möglichkeit an aktuellen Studien und modernen Behandlungskonzepten teilzunehmen. So, das habe ich Ihnen jetzt erklärt. Die Frage ist, macht das einen Unterschied? Ist das überhaupt ein Unterschied wert? Ist die Behandlung dadurch im Darmkrebszentrum sicherer als dieses Umfeld? Und die Frage ist halt, macht das Sinn? Es kostet ja auch jede Menge Zeit. Nun, ich sprach vorhin von der DKG und deswegen wollte ich Ihnen einmal noch mal erklären, was ist die DKG eigentlich? Die DKG, das ist die Deutsche Krebsgesellschaft und damit die größte wissenschaftlich-onkologische Fachgesellschaft in Deutschland. Ziel der DKG, der Deutschen Krebsgesellschaft, ist, zu verankern, eine hohe Qualität in der onkologischen Versorgung. Deswegen liegt der Fokus der Deutschen Krebsgesellschaft eben auf der Zertifizierung von Zentren und der Entwicklung weit neuer und medizinisch gesicherter Behandlungsleitlinien und den erfolgreichen Wissenstransfer in die Kliniken. Und daraus resultieren dann verlässliche Patienteninformationen. Ich sprach vorhin von Leitlinien. Was sind Leitlinien? Leitlinien für unsere Fachgesellschaften, das sind Behandlungs- und Operationsempfehlungen der AWMF. Die AWMS hat sich so etwa in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gebildet. Und da sind all die großen Experten der unterschiedlichen medizinischen Disziplinen haben sich zusammengefunden und legen dort Leitlinien fest. Diese Leitlinien haben unterschiedliche Verbindlichkeiten und Empfehlungsgrade. Den höchsten Grad haben die sogenannten S3-Leitlinien. Diese Leitlinien werden dann in den Anforderungskatalogen, die Zentren dann, wo sich Zentren bewerben, die müssen dann diese Leitlinien befolgen und die werden in den Audits dann eben jährlich kontrolliert. Das fasst das nochmal zusammen. Also, wir haben Leitlinien aus den Fachgesellschaften. Die bilden dann sogenannte Qualitätsindikatoren, also Zentren, also Kennzahlen. Diese Kennzahlen müssen erfüllt werden von den zertifizierten Zentren und die Auswertung und die Kontrolle dessen, das macht eben dann Onkozert oder DKG. Nun habe ich jetzt mal vier Studien mitgebracht, die zeigen, ob das Ganze wirklich jetzt Sinn macht oder nicht. Das war ja die eigentliche Frage. Haben wir hier im Gesundheitswesen eine Zeitung aus dem Thieme Verlag, die ist 2019 erschienen. Da ist ja die Frage nach dem Langzeitüberleben von Patienten mit Kolon- und Rektumkarzinom und da wurde ein Vergleich gestellt zwischen Patienten, die operiert worden sind in nicht zertifizierten Krankenhäusern und zertifizierten Krankenhäusern. Und da sieht man hier, wenn wir hier die Patientenzahl haben, das sind 100% aller Patienten hier auf der X-Achse, das ist die Zeitachse, da sieht man hier, das ist die Kurve für die Patienten, die in einem Zentrum operiert worden sind und das ist darunter liegt eben dann die Kurve für die Nicht-Zentrums-Patienten und wenn man da mal nach drei Jahren etwa schaut, dann hat man einen höheren Anteil von Patienten, die das dann diese Behandlung überlebt haben, wenn sie denn in einem Zentrum operiert worden sind. Das ist die erste Studie, die das belegen konnte. Nächste Studie, das war 2018, ein Jahr davor und das ist eigentlich auch die größte Studie und da bin ich auch dankbar, dass wir bei der AOK sein dürfen, denn da ist auf die Daten der AOK aus Sachsen zurückgegriffen worden und das Ganze wurde auch hochrangig publiziert im European Journal of Surgical Oncology und da konnte festgestellt werden, dass tatsächlich bessere Behandlung in den DKG zertifizierten Darmzentren stattfindet. Wir haben dort ein höheres Gesamtüberleben, weniger Komplikationen nach der Operation und die Gesamtsterblichkeit nach 30 Tagen postoperativ wesentlich geringer. Und nur um Ihnen mal eine Vorstellung davon zu geben, wie das Ganze abgelaufen ist, habe ich das hier mal zusammengefasst. Also ein Gesamt Patienten, die sich eben von 2005 bis 2015, also zehn Jahre in dieser Behandlung befanden, das wurde aus einem Kollektiv von zwei Millionen Versicherten in Sachsen bei der AOK wurden dann insgesamt 6186 Patienten mit neu aufgetretenen Darmkrebs einer chirurgischen Behandlung haben sich unterzogen. Davon waren 2120 Patienten eben in zertifizierten Zentren behandelt und das wurde dann eben miteinander verglichen. Und wie ich dann eben gerade schon mal gesagt hatte, die Analyse hat sich dann konzentriert auf das Gesamtüberleben, auf das Überleben 30 Tage nach der Operation, auf ein mögliches Wiederauftreten des Krebses und auf Komplikationen der operativen Nachbehandlung. Und die Untersuchung konnte eben ganz positive Effekte zeigen bezüglich des Überlebens und bezüglich auch der operativen Nachbehandlung. In den nicht zertifizierten Zentren fiel die 30 Tage Mortalität, also das Versterben der Patienten, 30 Tage nach der Operation fast doppelt so hoch aus wie bei Patienten, die sich in zertifizierten Krankenhäusern behandeln lassen. Das Ganze ist nachzulesen auch bei der AOK und zwar hatte ich jetzt noch mal ganz aktuell geguckt, da gibt es nach wie vor die Pressemitteilung aus dem Jahr 2022. Da wurde noch mal auf diese Studie sich bezogen und die belegte, wie ich Ihnen gerade schon erläutert habe, einen Überlebensvorteil für die Krebspatienten, die sich in einem zertifizierten Zentrum behandeln ließen. So, die letzte Studie, die ich Ihnen jetzt noch dazu zeige, ist aus Würzburg, das ist die Forschungsgruppe rund um Professor Germer. Und da wurde auch festgestellt, dass die Sterblichkeit in den zertifizierten Krankenhäusern wesentlich niedriger ist und wichtig ist, dass die Krankenhäuser, die das machen, Erfahrung haben müssen, Mindestmengen bei den Operationen einhalten und dann zu guten Ergebnissen kommen. Auch unser Ärzteblatt, das Organ, das, die Mitteilung für uns Ärzte, wir bekommen das in aller Regelmäßigkeit, auch dort ist das inzwischen beschrieben worden, nachgewiesen konnte für Patienten in zertifizierten Darmkrebszentren verbesserte Lebensqualität, wir sprachen gerade über Lebensqualität nach den Operationen, weniger Obszipationen, weniger Verstopfungen, ein höherer Erhalt der Kontinenz, also dass weniger häufig ein künstlicher Darmausgang eingelegt werden müsste, weniger Komplikationen im Sinne von Anastomosen Insuffizienzen, also dass die Verbindung zwischen den Darmanteilen auch gehalten hat und dementsprechend auch weniger Todesfälle. Auch hier wurde im Ärzteblatt 2019 noch mal festgestellt, ein wichtiges Qualitätssikel von Krebszentren ist mittlerweile die Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft und die Studien konnten das tatsächlich belegen. Nun, was bringt das alles überhaupt für die Patienten? Meiner Meinung nach, ist Siegel für ein zertifiziertes Darmkrebszentrum, wenn Sie das sehen, was bringt Ihnen das? Es bringt Ihnen eine Entscheidungshilfe, denn ich denke, durch die transparente Darstellung der zertifizierten Zentren wird den Patienten und Patientinnen ermöglicht, eine Entscheidung zu treffen. Es steht ein solides Netzwerk von Behandlungspartnern zur Verfügung, wie Sie auch in meinem Bild gesehen hatten, und alle Beteiligten müssten sich dem strengen Qualitätsanforderungen dieses zertifizierten Zentren eben auch verpflichten. Und damit ist durch das Qualitätssiegel zertifiziertes Zentrum der DKG auch eine oder beziehungsweise die höchste Behandlungsqualität gewährleistet. Wie ist es hier in Wuppertal? Wir haben bei uns im St. Petrus Krankenhaus eben genau dieses qualitätsgeprüfte Netzwerk, was wir Ihnen anbieten können. Das bedeutet in der gesamten Behandlungskette für den Patienten ist das vollumfänglich geprüft worden. Alle Bausteine der Krebstherapie, Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie, moderne Krebstherapien, wie wir gerade auch gehört hatten, die auch sehr teuer sind, können bei uns im St. Petrus Krankenhaus eben als abgestimmtes Paket erhalten werden. Und somit ist sichergestellt, dass der Patient von der Diagnose über die Behandlung stationär und ambulant bis zur Nachsorge im Bestmöglichst versorgt wird. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das letzte Bild, das sind mal zwei Herrschaften, die sich ganz entspannt sind, hier auf dem T-Shirt steht, wir finden Schlager toll, wir lieben Schlager und darum geht es auch, dass man gesund ist, gesundet und dann eben Lebensqualität hat und sich wieder anderen Dingen widmen darf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus